Wir probieren heute mal den Oliven-Mix von Kaufland. Ich mag eigentlich gar keine Oliven, deswegen probiere ich das mal. Das sieht sehr vielversprechend aus. Wie sieht es nicht immer aus wie ein Pferd? Ich mag nicht mal Oliven, aber man muss es probiert haben. Ich habe auch noch nie. Die sind entkehrend, heißt es. Ich traue der Nummer ja nie. Da hängt so eine Schmiere dran. Ich weiß gar nicht, was das für ein Geschmack sein soll. Oliven? Gefüllt mit Paprika angeblich, aber da sind diese gefakten Streifen drin. Boah, ist das eklig. Oh, das ist eklig, aber ich hatte erst eine Grüne. Komm, schnell noch eine Idee. Die schwarzen, ich weiß nicht, ob die anders sind. Die müssten eigentlich, oder? Ach, genau so, Oliven. Ich mache das gar nicht. Dann haben wir noch Weichkäse. So ein Mix. Aber wenn man bei allem so Käse bei hat, passt das zusammen. Aber so einzeln. Boah, bin ich fett. Das ist ja unglaublich. Wichtige Titten. Mein Bad ist ja schon mal so gut. Oh Gott, ist das wicherlich.